Genau, und diesen tollen Skill könnt ihr auch gewinnen, wenn ihr jetzt Ausrufezeichen Roar in den Chat eingebt. Roar, Roar, Rasputin, hey, Moment. Falsch. Ach, das ist der falsche Roar. Roar, Roar, Rasputin, Lover of the Russian Queen. Ja, ich will beat some. Ich habe gesehen Scuddy, ich habe gesehen Hercules, ich habe gesehen Anubis, okay, genug. Und danach kommen immer noch Thanatos und Arceo, alle CCs. All the CC in the world is there for you. Da eigentlich hinten noch seine R-Cardot aufstehen. Was? My K9 Romance. Ha, wie gut. Das ist witzig. Nein, das ist das falsche. Es ist das falsche Voice Pack. Na, ich glaube, ihr zieht trotzdem zusammen. Hallo. Oh, ja. Okay. Oh, das ging schnell. Mist, falsch gelaufen. Und da ist die Zeit wieder weg. Au. Ui. Wenn man was wissen will. Achtung, der Tana ist noch da. Okay. Okay. Und jetzt kommt der Anubis um die Ecke und snackt dich. Ich geh mal einfach back um das zu unterbinden. Aber damit kann ich jetzt auch nicht mehr junglen. Ach shit, aber. Wenn ich nochmal irgendwie 50 Gold hätte wäre das schon gut. Dann könnte ich mir zumindest mal ein T1 noch, äh ne C2 kaufen. Danke schön. Tschüss. Also hier drüben gibt es gutes Potential, ne? Ja. Hier kurz zum Speed und dann... Ich war euch. Ich war vielleicht falsch gelaufen, ne? Shell ist raus vom Gegner. Mhm. 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 Schade. Mhm. Ich glaube ich kann da nicht rein. Ich muss äh... Ich mach Gold. Zogen kommt hier. Ich kann auch was ist hier, ne? Alle 3. Ja. Ja. Das war jetzt irgendwie ungünstig, weil dadurch habe ich jetzt auch Arzio verloren Leute, wir haben uns gerade gegenseitig gesandt Ich habe mich schon gewundert, warum ihr euch so anschaut So, Blick, wie heißt das, schau dir die Augen klar, dass er es prinzelt Ein Anstart-Duelle Okay, Anubis ist bei sich back Ich habe Ult Ich treffe gerade niemanden Anastos Na ja, leider zuwendig Mana damit die integration schöner gang alles gut ist noch da oder ist weg auch weg ja ja ich leider Okay, ich glaube, dafür hat es sich eigentlich nicht gelohnt. Ich will 4.1 Morningstar, die Lütf. Ich droppe mal euern Purple. Oh Gott, das Eis. Laufen, 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 laufen. Nice. Gut aufgeräumt. Eigentlich hättest du den Krad kriegen müssen mit deiner Ult. Nee, die Ult hab ich auf dem Tana gebraucht. Ich bringe ja, ich hab die Dingsbums. Achso, Dinos. Achja. Ich bringe was zu Red. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ruh, ruh, ruh! Ruh, ruh! Uhuh. Ruh, ruh! Panatwurz. Ruh, ruh! Ah, okay. Die Eisfläche sieht man und es geht so schlecht. Ich muss schon sagen, äh, Fenrir macht schon wieder mal Spaß und in Ewigkeit nicht mehr gespielt. Hilfe! Hilfe! Oh, sorry! Na gut. Wird auch grad nix ab. Der Skadi ult ist down. Ja, mein ult ist auch down. Muss ich mal beatzen. Oh, shit. Oh. Bodyblock bei Minions. Dammit. Your middle tower is under attack. Your left tower has been destroyed. Ja. Sollte, sollte eigentlich nicht. Also. Das steht halt jetzt schon seit, keine Ahnung, seitdem ich gestorben bin rum. Ne, die macht das schon. Okay. Okay. Da war es selber kurz. Bumpy. Wie hieß, mein Server laggen. Fingers. Never. Oh no. 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 Spannend, dass Skadi noch nicht gemerkt hat so, dass das jetzt vielleicht kein guter Ort ist Da könnten welche Kroffer in uns Die sind ja richtig geil gerade den Arsch gerettet mit ihrer Ult Anathos kommt Anathos geht Anathos bleibt Anathos kommt Wir sollten gehen ne Vielleicht Da kommt Herkules Er rennt einfach an mir vorbei Der will mich Ich bin da Ich brauche nochmal so ein Minion für ein Stun Ein Kübel fest What the fuck Alter Herkules Der hat uns noch mal viel zu lange beschäftigt Eigentlich Ja Herkules hat auch Buffs bekommen Erst recht wenn er die Regrow hat Ja Er hat die Breastplatte Ja dann hält er sich ziemlich stark hoch Ja Und ich hab auch irgendwie Träuft sich Skills Verpfeilt Oh Hi Bungee Schön dass du da bist Wie gehts dir? Auf dir gehts gut Na ja Falls dir irgendwie auffallen sollte Dass ich heute etwas tiefer spreche Liegt es nicht daran An dieser komischen Studie da mal Sondern es liegt daran dass ich gern bin Es tut mir leid Achtet die kommen alle zu euch Lohnt sich der Fight? Ja ok Sorry Alles gut Dann hätte mich die Anubis Holt Ah shoot Nicht mehr rechtseitig ausgewichen Lauf Tanathos Lauf Lauf Bäh 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 Ach so der ist Level 17 Ach ne der ist Level 13 Aber hab ich grad gedacht dass er Level 17 ist Dachte ich jetzt grad irgendwo gelesen dass er Level 17 ist War weird Der Schöpfen kommt bei dir durch Ja Feel that So much Oh der Hercules lebt zu lange Machen wir Enter hier für den Danke Ich bin dabei Ich muss nur noch in die Base Ansonsten Gold Ja Ah da kommt einiges hinterher Da ist die ganze Q in der Mitte Ja mal schauen Ne die kommen nach Wir können ja nur antäuschen auch wenn Oh Ah Du hast da Spaß daran oder? Nein ich mach das nicht mit Absicht Aha Langen sie auch immer alle Shoot Sehr gut Und Belona ist einfach nicht da Oder ist sie backed ich weiß nicht gar nicht ob die Die geht jetzt erst hin Hat die sie quasi im Fight drin? Ne Nein Oh ok Ne Ja dann wird sie jetzt aber auch nix heiß Ah Ok Ok Vielleicht noch den FK ist ok Ja ok Ja den Hercules kriegt sie nicht Ja Doch Nice Sie haut ihm gut was rein Sie haut ihm gut was rein So und jetzt noch mal weiter auf die Gold oder? Ja Jo Da ist nur Azio da Ja Und sie es geklaut? Echt? Ja die haben es geklaut Shit Die Skadi hat es geklaut Damn Wir sind da am Buff Meiner Da ist noch eine Skadi und von der Mitte kommt das Eine Skadi Ult ist das auf jeden Fall gerade Oh da war wieder lag ey Die Angriffs Ja Ja sollen wir rüberkommen oder? Anathos Lohnt sich rüberkommen noch? Ja doch Und Anathos Ult kommt jetzt Oder? Ja 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 Schade Ja Ja Die Selona Boah hey der Der CC von dem Boy geht mir ziemlich auf den Zeiger Hol ich mir jetzt wegen dem nur Ank? Wegen dem allein? Ja Ja Anubis Thanatos und er Okay es lohnt sich eigentlich schon Ich hol mir glaube ich auch irgendwie was in Richtung Weis 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 Oder Toxic Blade eher wahrscheinlich oder? Ja 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 Bungie du erlebst ja gerade gar nicht die gesamte Cringe von diesem Skin Normalerweise hat er eben auch das Voiceback dazu und das ist so mega cringe Du musst nur den Knopf drücken Du musst nur den Knopf drücken Äh ne das Ding ist ich hab äh zu spät das den das Voiceback angemacht dafür Das gilt's dich also hat's nicht Angesagt Genau Und deswegen hat er das nicht angenommen das ist Hallo Hallo Ah Anubis sagt bescheid Ich hab fast Ja Ja Ne eigentlich ist das Alle Mitte oder? Ja 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 dann Let's go Tower Aber jetzt kommt sie wahrscheinlich zu mir oder? Ne Die sind dann mit Afro hier mit im T2 Äh T1 beschäftigt Ne tut sie T2 Also Velona kommt jetzt auch gerade dazu Kannst sie vermutlich jetzt noch eine Weile beschäftigt halten Problem ist Velona geht eigentlich gerade auf die Falschen hin Genau sie müsste auf Thanatos zuerst gehen Sehr nice Ich hab das Gefühl die teilt einfach in die Gruppe aus Die haut einfach rein Ja wenn sie ein bisschen gefokussiert hätte glaube ich wärs nicht besser gewesen Ihr habt das nicht gesehen Äh du könntest noch angreifen ne Die sind alle noch hier Ich bin zu low Ja Ja Aber wenn jemand da ist und du gerade Minions hast Ja Die waren nicht da und dann bin ich fast gestorben Hm Ich find die brauchen auf der Map immer viel zu lang bis sie zum Tower kommen So ist die Frage FG Ja Schnell Schnell Wagen Wagen Auf Schnell Wir haben ja gerade einen Tank da hinten noch. Minions kommen hinter mir. Die Beats von ihm waren irgendwie umsonst. So, wir suchen mal Anugis hier. Mein Anug. Funktioniert. Shit, die Herrgold hat mich gerade richtig richtig erwischt. Die Skadi hat ihr Aegis raus und ihre Ulf. Was hast du denn gebaut hier? Eigentlich nur serrated. Ich habe meine 2. Da kommt jemand teleportiert. Okay, so viel dazu. Na, Schuhe. Hierher. Beide. Ja, ich glaube ich muss auch nochmal... Ich leif's die nochmal hoch und dann bin ich wieder da. Ich kann... ich kann den Herrgold das nicht verprügeln. Ich kann den Herrgold das nicht verprügeln. Übel. Er hat perfekt seinen Dings genommen. Perfekt seine Ult gezündet, damit er meinen CC überlebt hat. Ebenso. Der hat meine... Der hat meine 2 mit seinem Ult geblockt. Ja. Und dadurch ist er dann auch... Hat er mich killen können, weil er dann halt seinen Dash machen konnte. Bad, bad, bad. Ich könnte dann noch einen Pure vielleicht mitnehmen oder ich kriege den Pure. Mh, Fire Giant? Ja, okay. Hier, ich hol mir mal Protector. Sammle für Blood Forge. Ich glaube ich krieg den vielleicht sogar da hin. Wir sind schon da. Ich bin da. Ansonsten renne ich einfach noch einfach zu... Renn ich zu Gold rüber? Jo, als nächstes. Ja. Ah, da noch was bei euch. Bleibt ja. Wo ist er? Ich vielleicht wieder zurückgezogen. Oh, da ist ein Team, da ist ein Team. Da ist ein Team, ja. Okay, wir haben schon mal eine Ward hier. Wir können auch zu zweit versuchen. Eeeh, der Lifestil von Fenrir mit seiner 2 an ist halt sooo spezialisch. Ich glaube damit haben wir gewonnen, oder? Ja. Ab, ab durch die Mitte. Das war noch eine Bombekündung. Das ist für den Phönix. Geh auch immer. Geh auch immer. Es ist nicht eine Phase. Neues. Neue Scheiße. Ja. Warte mal, wie viel haben wir jetzt gespielt? Haben wir gerade 51 zu 24 gespielt? Hab ich das gerade richtig gesehen oder habe ich mich gerade verguckt? Ich muss auch noch mal gucken. Also ich hatte um die 13 Kills. The fuck ging diese Runde ab. Ich hatte glaube ich 10. So. 51 zu 34. Ich finde es interessant, dass man immer noch Capes sammelt. Ich habe gerade ein Cape gekriegt. Ja, ich auch. Boah, eine Weile. Total seltsam. Ich weiß nicht mal, wie ich die trage. Du brauchst einen von den Runescape-Skins, damit du die sehen kannst. Okay. Ja. Ich habe nämlich keinen davon. Ich bin schade, dass man es nicht an jedem anderen dran machen kann. Das wäre irgendwie witzig. Okay. Das heißt, die einzige Person, die in dem gegnerischen Team eigentlich so wirklich irgendwie altwegs positiv war, oder ja, positiv war, war Hercules. Cool. Und sonst, der nächste Run-Up war irgendwie Tana, aber auch da. Ich dachte ehrlich gesagt, ich hätte gegen den Anubis verloren, aber ich sehe jetzt erst seine Stats. Du hast hart gegen ihn gewonnen. Was denn? Auch Player-Damage. Player-Damage. Du hast das Doppelte von ihm gemacht, okay. Über das Doppelte. Überhaupt das Team, oder? Ja. Die Künstler wäre ein bisschen mehr worden, ne? Mit Leila. Ne, er wurde dann überbewertet. Dafür gibt es keinen Jungler. Ja, ja. Der Jungler ist der laufende Ward. Weißt du, die Zeit, die er sich beim Warden gespart hat, hat er in Damage gesteckt. Ich würde sagen, das ist okay.